Buh, was hast du für Maps? Ducky geht's dir gut? Ähm... Prison of Profi High School of Fortgeschritten Aha Pissen of Profi High School of Fortgeschritten Das ganz kleine Haus of Profi Und das kleine Farbe Haus of Fortgeschritten Ich würd gern Pissen of Profi Lass mal Pissen aus Profi Lass mal Pissen aus Profi Lass gehen Profi Pissen Aua Aua Das ist, weil ich Lucky sehe Was haben wir denn noch? Sollen wir das nicht? La 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 Das fehlt schon Jocke Ach du Scheiße, was musst du denn noch? Ach egal Was ist jetzt alles rein? Hehehe Hehehe Ähm... Geister Sandwich Weiß jetzt nicht wen ich zuerst fragen soll, ob's ihm gut geht Gecko oder Lucky Lucky Lucky, geht's dir gut? Lucky, kannst du dich bitte mal bereit machen? Jetzt sind meine Geister alle Geisterhafte Art verschwinden Mhm Da Ach du Scheiße Ich nehm das hier mit Komm lass mal richtig unnötige Scheiße mitnehmen Hehehe Hehehe So richtig mit dem einfach nichts anstellen kann So Lass mal Müll mitnehmen Das ist kein Müll Okay Ich bin Müll Es ist Müll genug Ich soll nur Müll mitbringen Okay Ich nehm einmal das Knickelicht Einmal die Tabletten Ganz genau Und einmal das Feuerzeug Sehr gut Ich nehm das hier Dann nehm ich das hier Und das hier Was könnt ihr denn sagen? Ich weiß es nicht Hehehe 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 Ah, schon viel lustiger Hehehe Ich hab Tabletten Ohohohohohohohohohu Hehehe Ich kann den gar nicht auf Drogen setzen Oh sehr gut Dann bekommt er wieder Angst und will fliehen. Alter, ich sehe die Hintertür bis ganz hinten. Jetzt schon. Hä, warum siehst du das? Das sehe ich nicht mal. Was ist mit dir? Siehst du das im Stream? Guck mal. Ich sehe das bis ganz dahinten. Was ist das? Ja, ich sehe das. Was machst du denn immer? Was ist das nur? Wann, wir gehen hoch. Alter, Alter. Bist du hier? Ich weiß nicht, was das Parabol-Mikrofon eigentlich tut. Komm, wir sind nach oben gekommen. War es doch hier? Okay. Du hast halt den Durchblick. Genau, ich habe halt einfach den Durchblick. Ich habe das Knicklicht. Ich habe den Knicklicht. Du hast das Knicklichtlicht. Ich muss das Ding immer werfen, wo überhaupt irgendwas ist. Das ist komplett dumm einfach. Wer nutzt schon das Knicklicht? Ich sehe nicht. Oh, der Parabol-Mikrofon. Das ist so dumm. Liara, sag mal was. Was? Nee, das Parabol schlägt da nicht aus. Kein Plan. Das ist so dumm. Was ist das überhaupt? Das ist ein Lichtsensor, ne? Ja, Mann. Guck mal, das kann Licht machen. Ey, Gekko. Ja? Nom, nom, nom. Mach das nochmal, ich habe es nicht gehört. Warte mal, wenn ich dich auf den Boden lege, geht das dann auch? Ja, klar. Nein. Aber warum, der läuft jetzt die ganze Zeit? Ja. Eigentlich lustig. Eigentlich könnte man mal eine Challenge mit diesen Lichtsensoren machen. Das ist eine Trätsmine. Das ist eine Trätsmine. Echt so? Dann nimmst du das. Nein! Was tust du? Was ist das hier? Was? Was kann das? Was macht das hier? Sprich zu mir. Hallo. Hallo, GLaDOS. GLaDOS, bist du da? Geh mal auf den Weg. Vielleicht wird das dann ja rot. Was macht das Ding? Nee. Ich weiß es nicht. Ich bin die Bulletin-Feldung. Ich weiß es nicht. Cool, wir sind oben. Oh, ich habe was gehört. Hä? Wo bist du? Weiß nicht. Bist du hier? Gekko. Er ist hier! Als ob er hier ist! Wo bist du? Gekko? Warte, was bedeutet das? Ich bin hier hinten, du Fuß! Ich sehe nichts! 1,5? 1,5? Ist ja echt oben. Ich hatte Ausschlag. Ich habe auch was werfen hören, verstehst du? Ich hatte auch was. Ich weiß. Das Klingling ist so kacke, ey. 6? Ich glaube, der ist hier irgendwo. Warte. Ich hatte gerade 6. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Ich kann ihn spüren. Ich hatte 6. Er ist hier irgendwo. Ich hatte Ausschlag. Und dann hatte ich 6. Ich schluck. Und dann habe ich ihn gespült. Oh nein. Seit wann ist hier ein Zimmer? Hä? Gefrier! Wir haben Gefrier! Ja, hier rein! Hey, Gefrier! Er ist halt wirklich hier! Es ist so dumm! Es ist halt... Weißt du... Wir zwei Blödhanseln sind hier oben und dann ist er halt mit uns hier. Das ist so dämlich. Der Geist ist oben. Ja. Ich habe seinen Schritt gehört. Das ist sein Raum. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Ich habe gerade Gittertüren gehört. Ich habe wieder was rumschleudern hören. Warte mal, wir müssen uns das nützliche Item holen. Ja, jetzt allmählich. Das ist was noch an der Wand, Heco. Keine Ahnung, was es macht, meine ich. Stimmt. Wo ist das? Ich weiß es nicht. Wo sind wir überhaupt? Heco, wo bist du? Wo sind wir? Hier. Warum hast du das Ding da hingeparkt? Bist du dumm? Dann wissen wir, dass das da ist. Ach, ist eigentlich egal. Ja, ich weiß doch, wo... Let's go. Let's go, Meister. Hi. Wo, ein Meister? Hi. Tappen Sie sich ums Wasser zu holen. Das ist schön. Cool. Wir müssen auch dieses eine nützliche Item finden, was Gekko irgendwo an der Wand geballert hat. Ja, da hinten. Wo? Wo bist du denn da? Und so... Das ist so dämlich, oder? Gib mir das. Keine Ahnung, was es war. Ich heiße Angela. Ich kenne heute weiter der Text, nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Wo bist du? Zubidubidu waa waa Baba Ich heiße Angela Na 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 Und wir sind bereit Du musst nicht Ich heff das mal an das Bit Geht das nicht? Schade Das geht doch gar nicht Das wär geil Er hefft einfach immer das an Hier rechts von der Tür Die rechts von der Tür Meinst du? Das ist links, aber passt Nein, nein Ja, keine Ahnung Mal gucken, was das gerade funktioniert Grün heißt Go Ach, das ist ja der Zwölf Ich heiße Angela Ich heiße äh Merkel Feueralarm Feueralarm Scheiß, ich seh nichts Scheiß, ich seh nichts Die Buche ist doch da Ich heiße Angela Merkel Vor allem dieses Druck Angela Angela Merkel Merkel ist dir Merkel ist dir Siehst du mein Feuerzeug? Oh ja Die Huma Baba Ich heiße Angela Das könnte für all der Meme sein einfach Das ist so das Intro Und am Ende dann so ein Bild von Angela Und richtig schlecht eingesprochen Angela Angela Da musst du nur eine komplette Serie draus machen Ja genau Angela Merkel Angela Merkel Konder Wo geht's denn jetzt runter nochmal? Weiß ich nicht Ah hier Wir müssen wissen, was das Ding macht Ähm Da steht auch so eine Tafel mit Audiosensor drauf Ach das ist der Audiosensorius Angela Merkel Also man eigentlich das Item ist eigentlich das Parapolmikrofon Aber eher Jetzt höre ich mir das auch vorangehen Mit so einem Zeitungslook Wie sie sich da gesehen Ich seh das Ich seh das Ich seh das Was ist das hier? Was liegt da? Was ist das? An Warum liegt hier in der Kamera? Hä? Was? Lol Hä? Lol Okay Haben wir jetzt drei? Ja Was macht das Ding jetzt? Geh das Stativ mit Mach das Ach guck mal Hä? Das leuchtet den ganzen Fick aus Ja aber was bedeutet das? Das ist ein grünes Quadrat Das ist ein grünes Quadrat Das ist bei mir irgendwie so gelblich Ja Bei dir ist es so limettig Bei mir eigentlich auch Aber weniger Aber was macht das? Was bedeutet das jetzt? Ja die Ja Du hörst jetzt Sachen Hä? Ja geh mal in das grüne Viereck rein Was bedeutet das? Ja Weiß ich nicht Weiß ich nicht Sag mal kurz was bitte Du sollst doch nicht den Geist triggern Liara Du sollst doch nur was nogen Du sollst doch nur was nogen Was ist die Zuckeente? Moin Ey guck mal Ich bring da ein Stativ mit okay? Ja darauf stehe ich Ja Ähm Ähm Gleich Stativ ist hängen geblieben Wieso? 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 Oh Gott Ey hat die Kamera bewegt lol Ah wieso? Warte mal sieht man jetzt dort was? Nein nein Das ist Liara Na ich meine die hier Achso Das ist dumm Ne tut man Das passiert einfach nicht Ja Komisch Vielleicht kannst du damit quasi Wenn du halt Sachen markieren Es hat doch so keinen Sinn Hä? Wer blättert denn mal die Cam durch? Du machst das nicht ne? Nein das ist zu weit weg Nein das schaffst du nicht Hä? Guck mal bei mir im Stream Bleib mal da stehen Guck mal bei mir im Stream Äh ok Ja und Siehst du das? Ich mach nichts Es ist hier gerade noch gar nichts Hä? LOL WTF? Das ist ja fast so als würde ich die ganze Zeit auf der Kamera hier an und ausdrücken Hey machst du da? Machst du die Kamera an und aus? LOL damit schaltest du die Cams hier durch Guck mal das fickt alles durcheinander Ja Ja ich weiß Wieso? Was ist das? Was ist das? Voll der Backele Ich hab dich voll getrollt Ich hab dich voll getrollt Ja wird das ja übel der Backe Guck mal Han 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 Ja wird das ja übel der Backe Was ist das? Was ist das für ein Müll? Alter dieses Spiel manchmal Salz? Haben wir Salz? Nehm ich mit Heißt du Ja 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 nimm mal die Cam mit Genau Ja dann Haben wir eine Cam Haben wir eine Box schon? Ne ne Haben wir eine Box? Ne ne Da liegen zwei Dann nehm ich eine Let's go Haben wir eine Box? Wollen wir abfahren? Wollen wir abfahren? Ja klar Die Ara ist ja tot Schon wieder Das ist die neue Dashcam Halterung Ganz genau Dash Dash Cam Wohl eher Crash Cam Ich hab mal ne Frage Was macht das eigentlich das? Gib mir den Beat Hier kommt Angela Die ganze Musik Einfach die gesamte Musik hört Auf das gesamte Intro Einfach nur wenn man hört Angela Ganz genau Was ist die Ara? Was willst du nicht? Was willst du nicht? Gib sie gut? Ja Koboldhoden? Was willst du? Koboldhoden? Ich bin im Geisterraum Ja da hinten Hä? Da hinten Hentai Hentai Da Hentai Da Hentai Elf Ja ich weiß Bist du hier? Bist du hier? Das ist ja ne Treppe Da ist ja auch ne Treppe Ich bin im Geisterraum Ich bin im Geisterraum Ich bin im Geisterraum Ich bin im Geisterraum Könnt ihr mal ruhig sein? Okay Nein Ich seh nichts Nein Ah Schlümpfe Ich heiße Angela Es ist halt so dämlich Das ist ne Elf Falls du es nicht wusstest Oh der Geist ist hinter uns Oh der Geist ist hinter uns Ne der Geist ist gleich in uns Ne der Geist ist gleich in uns Und wer fällt Ich mein Schade Ach das ist ne Schade Ja ja Hey wo ist die Treppe? Bin ich dumm? Hey nach dem Gitter hier Nach dem Gitter links Denn da stinkts Rechts Agela Brudi Bist du da? Ich seh nichts Rohl süß Rohl süß Was war das? Nein Dein Gesicht stinkt Hammel 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 Ist jemand tot? Ist jemand tot? Aber Liara wieso stirbst du denn jetzt? Ach Liara Oh nein Ach nee Achmed Achmed Ich hab meinen Mettbrücken Achmed wusst Bist du hier? Achmed wusst du hier? Hier Ich will das nicht mal ausmachen Bist du hier? Bist du hier? Du sollst doch nicht Kacke fressen Mann der zeigt sich mir immer nur wenn ich sag bist du hier Das ist so dumm Wenn ich ihm sag zeig dich Kommt der? Warum ist das hier? Das bringt ja gar nichts Warum ist das hier? Ach wir haben 5 Bücher Ach wir haben 5 Bücher Ich weiß Was? Warte mal ich Ich weiß mal ob er hier ist Ich höle dich nicht Sprich lauter ich höle dich nicht Wieso ruckelt meine Augen auf Ich verstehe nicht Bist du hier? Ich spreche dich nicht Frag du mal Was? Warte wir haben kein Foto vom Geist gemacht Warte wir haben kein Foto vom Geist gemacht Nö Lol Ich habe ihn 1a fotografiert Da sieht man noch die Füße Achmed Bist du da? Bist du hier? Na danke schön Das ist ne 11 Das ist ne 11 Bleib drin Bleib drin Bleib drin Wirst du mich verarschen? Ja doch der bringt mich doch da drin nicht um Doch du der ist doch der gespawnt Juckt halt Ach ist er hinten gespawnt Ach ist er hinten gespawnt Ha ich hab die Tür zugemacht Ha Du Gedank Und Messer Ha Also irgendwie hab ich explodiert Du sollst sterben als erstes Ja ja Hä Das ist doch Du warst zu ernst Liara Das ist doch ne Das ist doch ne Runde Mit Müll Deswegen Nehmen wir ja auch nur Müllequipment Du hast zu ernst gespielt Das neckt er dich als erstes Ich heiße And Scheiße man Die Tür hat da Ich heiße Angela Ach ja Herrlich Weißt du Der Geist ist im Raum gespawnt Ihr glaubst in diesem anderen Raum Er ist irgendwie so ein Meter hinter mich Man hat die Tür zugemacht und so Ach Da geh ich nicht rein Ach verdammt ich kann keine Türen öffnen Das ist ne Elf Das ist ne Elf Das ist ne Elf Das ist ne Elf Hab dich verarscht Doch nicht Haben wir ihn? Lacky was tust du da? What the fuck? Bist du schwanz gestört? Geh weg Geh weg Geh weg Was ist mit dir Bruder? Ja eben sag ich doch Ja eben sag ich doch Geh halt einfach Der wollte meinen Schwanz Meinen flauschigen Geckoschwanz Das hat voll geholfen Ich sag so geh weg ein paar mal Der ist weggegangen Was ist das hier? Du hier Zählt bestimmt eh wieder nicht Ja? Irgendwie Pfff Was denn? Leichen fotografieren zählt bei uns irgendwie nie Wer ist es immer verpackt? Hallo Kaschnappe wegwerfen Blu 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 Gecko 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 Was ist denn? Gecko 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 Hab ich glaube ich. Ich guck mir das mal an, weisch? Ich komm auf. Und dann in den Truck. Du hast die Girl mit dem Truck aufgestellt, du Arsch. Oh, wir haben Orbs. Du hast mich gefragt, ob ich die Kamera aufgestellt habe. Oh, scheiße. Okay, aber im Raum ist auch eine. Ja, ist auch eine. Hab ich die Kamera aufgestellt. Oh, scheiße. Oh, lass es doch. Bruder muss los. Laki. Tun sie dich. Nicht diese. Lasen sie es. Warte, ich geh hoch und tu es dahinter hin. Penis. Jetzt lass die Taschenlampe hier. Warte, was haben wir noch? Nix mehr? Nein. Gekko. 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 Nein. Gekko, du schummelst. Ich heiße Angela. Ich heiße Kimi und ich heiße Johnny. Und wie heißt du? Angela. Alter. Das ist so richtig dumm. Angela. Wohin gehst du eigentlich? In dem Raum dahinten dran. Wohin gehst du Gekko? Ich geh hoch. Da gehts nicht hoch. Ne, da gehts nicht hoch. Wusstest du da schon? Ja, ja, da gehts nicht hoch. Guck mal da rechts ist unsere UV Lampe. Gekko. 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 Alter, ich... Weißt du? Ich will nicht mehr. Lass mal wieder auf Duschen gehen. Schubidu, wie du... Warum leuchtet hier was? Was ist denn das jetzt? Hä? Was denn? Jetzt ist es weg. Komm. Äh, was zum... Fick... Friedhof? Wieso ist denn... Ich kann hier alles kaputt machen. Schaut euch das mal an. Das ist so... Ich kann die ganzen Lightmaps die ganze Zeit verändern. Indem ich die Kamera anmach. Jetzt hab ich diese. Jetzt hab ich das. Jetzt hab ich da hinten Licht. Jetzt ist... Das ist so dumm. Das ist so dumm. Jetzt sieht ich das. Und jetzt geht er nicht. Wieso ist das so... Verpackt, Alter? Wieso? Das kannst du nicht mehr spielen, Alter. Der Boden ist doch gar nicht, Alter. Scheiße. Das ist eh das beste Spiel 2020. Doch, gleich mal Hymne aufnehmen. Hast du auch den Bug? Mach mal. Draußen Lightmap Bugs, dies, das. Hä? Gefriere hier? Okay. Egal. Bei mir bleibt alles klarig. Bei mir gar nicht. Du machst hier voll die Disco. Okay. Nein. Voll komisch. Alter. Alter. Alter, wie das flackert. Jo. Siehst du das? Voll dumm, oder? Ja. Ist das bei dir? Ja. Voll dumm. Boah. Ich bin da. Ja. Angela. Bababa. Babalala. Boah. Hast du auch noch weit von? Schnabidubidubibab. Balalalalaluluu. Luvudu. Uhu. Bist du hier? Uuu. Bist du hier? Bist du hier? Hey. Was war das, habt ihr das gesehen, habt ihr das gehört, Alter Liara, ich hasse dich, danke, aber habt ihr die Staufolge so, habt ihr das gesehen, wie das da vorbeihuscht, ich glaube das war meine, ich glaube das war meine Staufolge, nein nein das war da hinten so, das war ja merkwürdig Hast du Licht? Okay, nein Hast du jetzt Licht? Ja Das ist so dumm Nein, nein lass es, ah Hast du jetzt Licht? Jetzt habe ich da Licht Ich heiße Kokoslos Ich habe da hinten Licht Hörst du auf zu funken? Hä, da liegt ja noch eine Kamera Hä? Wie viele Kameras haben wir? Da liegt eine Kamera Was? Was? Hast du dich wieder aufgestellt? Nee, ne? Hast du dich wieder aufgestellt? Wieso ist hier eine Cam? Eine Cam neben dem Van? Da eine Cam? Überall Cam's, Alter Was ist das? Ich habe 20 Cam's bei mir Ja, ich glaube auch Die hast du da aufgestellt, oder? Komm Nein Echt nicht? Nein, habe ich Hast du schon, ne? Ja, kann Kann ja nicht sein Überall Cam's, Alter Ich sehe gar nichts Lass es Ah Gib mir eine Lichtquelle Aber flackert nicht rum, bitte Ist anstrengend Für die Augen Was ist? Oh nein, jetzt hat Lucky die Cam. Lucky! Ja? Stell mal Cam auf. Stell doch mal Cam auf. Ich hab sie ja. Komm mit, komm mit. Was hast du gesagt? Was? Ich kann mich nicht hören. Bist du hier? Das war schon десяter dec marzipiert. Ich habe Favorite Riley gesehen. Genau, jetzt black nur das so nutzt. Schlup, 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 schlup. Was sagst du? Benji oder Phantom? Was brauchen wir denn? Kein Buch? Wir bräuchten ein Orb? Oder Fingerabdrücke? Warb oder Fingerabdrücke? Haben wir doch gar... Warte mal, hast du noch ne Kamera? Mach ein Foto von der Tür. Okay, schnell weg hier. Ach schnell! Wir sollen uns beeilen! Schieeeef! Security! Security! Jetzt ist da so ne Kamera drin. Scheiße! Angela! Lalalala Schubudububududu Benji oder Phantom? Phantom Hourglass Daniel Phantom Geht einfach runter der Prachter! Nun, 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 nun! Dann willst du? Aua! Toter Körper! Geht einfach runter! Lässt er mich ja alleine mit meinem komischen Hörl. Ich höre doch nix! Toter Körper! Das Spiel ist absolut nicht verbuggt oder so! Hier liegt Liara! Es ist nichts! Ich fotografiere die Tür! Toter Körper! Ich weiß warum! Ja, die liegt ja vielleicht, aber trotzdem, das ergibt gar keinen Sinn, du verstehst? Nein, 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 es geht darum, du musst da fotografieren, wo Liara das erste Mal vom Geist erwischt worden ist. Du kannst danach noch ein bisschen weiterlaufen. Nein, 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 nein! Du machst das, wo du kassierst, an dem Punkt, wo du stirbst. Ja, ist trotzdem verbuggt. Ist trotzdem ein Bug. Darf ja nicht sein. Ja, ich wollte. Das ist so dumm. Oh Mann, ist das dumm. Ja, gut. Aber Gecko, sag mal, was sagst du eigentlich nicht? Wir haben ja Fingerabdrücke! Was ist denn das hier? Was ist das denn? Ja, ich weiß. Was? Hab ich doch eine? Hab ich doch eingetragen. Wieso? 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 Hä, warum ist das Foto hell? Guck mal das Foto an! Ja, klar ist das hell. Hä? Nein, nein, ich meinte, guck mal in den Kamer... Bei mir sieht das... Warte, ich mach ein Handyfoto davon und setze es gleich mal. Dann haben wir ja schon längst einen Benji, warum sagst du nichts? Hä? Hä? Warte, was ist das? Senf war 5? Senf war doch nicht 5! Halt die Klappe, Andy! Wieso hab ich Senf angetragen? Weiß ich nicht! Vielleicht wolltest du ja Fingerabdrücke eintragen, bist aber bei... Nein, die sind ja hier! ...irgendwas anderem stehen geblieben. Was? Was? Ja, siehst du, Liara weiß auch nicht von Senf! Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Wieso steht da Senf? Ja, müssen wir jetzt nachschicken, oder? Fuck! Gespenst oder Benji? Wäre trotzdem Gespenst oder Benji? Nee, Gespenst kann's nicht sein. Weil? Doch! Ich mich vor einer Tür versteckte. Die Ara hat gesagt, er ist im Raum davor gespawnt. Das machen wir Gespenster. Ja, aber ich hab... Ja! Aber! Ich hab mich zwischen einer Tür versteckt und ist einfach weg von mir gegangen. Ja, passiert. Nicht durch die Tür durch. Ja, siehst du. Nein, du passierst. Oh ja, ich pass hier gerne. Passierte Tomaten. Ja. Hä? Wir hatten Geisterbox, ne? Ja. Ja, dann haben wir's. Gespitz. Sag ich doch. Hör mir doch mal zu, Mann! Warte mal, guck mal. Weil das ein Hinschiss von Diarawa. Ein Hinscheiß. Warte doch mal, ich hör' dich nicht. Kannst du das nochmal bitte sagen? Ja. Ist also quasi wie das Thermometer. Das zeigt dir halt, wo der Geist ist. Aber, es zeigt dir nicht instant die ganze Zeit was an. Das ist eigentlich sogar besser als das Thermo. Weil das Thermo ist ja direktes GPS. Das ist ein halbes. Du meinst, es ist schlechter als das Thermometer, was es besser macht? Ja, eben. Genau. Es ist schlechter, was es besser macht. Also könnte man das Para nehmen. Aber... Wer nimmt das schon? Ich hab dir mal ein Bird-Gitter nicht. Wie das sieht bei mir aus, was du geschossen hast? Ja. Ja. Das sieht aus aus, wenn der komplette Raum einfach hell. War schon gespenst? Weischt, Liara. Liara, hast du eingetragen? Gespenst. Ja, ich habe Benji eingetragen. Moin Mason! Tschüss! Hä? Das ist ja ein Revenant! Einfach eingeschritten. Hä? Das ist ja ein Gin! Gin nicht rum. Dann... Weißt du, welcher Bug noch fehlt? Dann hat Sam 5 Volt doch nicht geschwimmt. Doch! Hast du jetzt ernsthaft Benji eingetragen, oder was? Ja, klar! Jetzt ernsthaft? Ja! Hä, wieso? Hä, ich doch auch! Ihr seid doof. Es fehlt noch der Bug, dass bei mir ein anderer Geist ist als bei dir. Ja, das wär doch ne Sache. Alter, es sind so viele Bugs. Ich schwör auf alles. Alter, weil das ist nicht mehr feierlich. Das ist Bug-n-Phobia. Kommt drauf an, an welchem Feierzeug. Bug-n-Phobia. Ich heiße Angela. Ja, das merkt man. Mein Name ist Angela, merkt man. Merkt man das? Mein Name ist... Oh nein. Siehst du das, Lucky? Hast du gesehen? Ja. von Erste. Schwierig. schwierig der vornamen und reizt und auch in der schule nicht sogar die besten Freude zu kriegen ja bei mir ist eigentlich schon seit fünf ja hab ich eingetragen ist ne Benji hast wirklich Benji eingetragen ja wieso hast du das gemacht wenn wir am Ende sagen es ist ein Gespenst wieso weil ich das nicht mitgekriegt habe doch klar wir haben es doch über Funk gesagt ich habe gesagt ja ich habe Benji eingetragen ja danach wir haben davor gesagt Liara was tust du und war die Box nicht sogar bei dir ne war bei wem bei Lucky bei wem hat sie ausgeschlagen bei mir war die Box Liara hatte Fingerabdrücke ich habe die Box und das was war vor Ort auf dritte es sind schütteln er hat aber sehr wichtig auch vor alle klingel heute klingel klingel genau es hat geklingelt seit viel Schule Der Kugel raffelt kling kling Nein, hallo Nein, ich bin Hast du wieder die guten Eichels mitgenommen? Ich bin sauer Wieso? Deco, ich hoffe, dass die coolen Eichels mitgenommen Naja, unbedingt Willst du das Parabolmikro haben? Ja Infrarotlichtsensor war das Ja, aber was macht der Kek? Nein, Arsch Achte auf entfernte Geräusche Verwenden Sie die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten Ja, einfach die Bildschirme mitnehmen Hä? Einfach mit dem LKW ins Haus drehen Ja, BOOM, bist du hier? Ah, Benji Wieder abfahren Einfach die Bildschirme auf den Geist werfen So ist das Achja Phantographie Warte, warte Warte, warte Warte, warte Warte, warte Warum sehe ich denn hier? Hä? Hä? Was? Da steht auf einmal TTT-Time und Gary Smart Hä? Ich muss das wieder umschreiben Bei mir steht das nicht Mir steht immer noch umfassbare Truppe Was ist denn der Scheiß? Was ist denn der Scheiß? Der fuck? Ich spiel'n Game ich mal Kruzifix Karen Smith alleine Alleine Der Geist ist allein Ja, abfahren, ne? Gespenst Was ist du, Pit? Was brauchen wir noch? Kurze Fix Hat das jemand? Nein? Okay Schubidubidu Ab ins Schloss 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 wäre geil 1,0 1,0 Der Geist hat sich bewegt The fuck Jetzt ist es direkt vor der Tür, weißt du Ah, tot Das ist fortgeschritten Der töte dich nicht Das ist jetzt nicht dein Ernst Was? Habe ich gerade in die Tür gehört? Habe ich gerade in die Tür gehört? Wo das war die Jahre? Weiß ich nicht Ah, ich liebe die Schule ganz ehrlich So als Map Ist immer noch mein Lieblingsmap Weiß ich nicht Weiß ich nicht Und Schule Einmal geil Hier kommt die Musik irgendwie auch im geilsten 2 Warte, werde ich den Lichtschalter bauen, oder? Ja Ba ba da ba ba Lu 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 Warte ich dachte gerade Ey Gecko Ja? Guck mal ist das eigentlich im Bug? Man sollte ja gar nicht auf dem Boden leuchten Hä? Lol Hä? Oh man Telefuß 1,5 1,5 Fußruder War das bei dir unten? War zumindest sehr nah Oh nein nicht der Raum schon wieder Please don't 2,0 Warte Ist das hier? Ist nicht hier ne? Warte Der ist nicht hier Wird gehört All klar Ok ist er unter uns Was? Unter uns Bleibs nochmal Gecko Ich bin unter dir Ohhhh Jaa bin hier Nein Ey Gecko ich hab das Ding wieder angepackt Guck mal Lol Geisteratmung. Okay. Schokolade. Oh. Schokolade. Oh. So, wir gehen jetzt hier. Seht ihr was? Seht ihr genug? Oh. Oh. Was denn da hinten? Was war denn das jetzt? Weiß ich. Hä? Was war denn das für eine Aktion, Liara? Was denn? Wieso bist denn du kurz raus und dann wieder rein? Ich guck mal, ob das hinten oder vorne ist. Achso. Okay, das macht's nicht besser. Das ist immer noch der Raum. Das macht's überhaupt nicht besser. Weil der hier auch dazu zählt. Oh Gott. Oh Gott. Das ist richtig schrecklich hier. Das ist eine Kackstelle. Ah. Oh, das ist böse. Oh, das ist böse. Da war ich ja schon alleine unterwegs, ne? Wisst ihr noch? Ah. Böse, böse. Der kann hier spawnen und hier. Der kann hier spawnen und hier ist es. Ich seh was. Sehr gut. Sergeant. Sergeant Hudensack. Interaktion habe ich wohl nur verführt, aber keine Fingerabdrücke. Interaktion. Zeig dich. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. 3,5. 1,5. 0. 3,14. 1,5. 3,0. 1,5. 2,6. 3,0. 1,5. 1,5. 3,0. Der reagiert nur alleine nicht, wa? Ach, das Ding ist kackt. Ich glaube immer irgendwelche besseren Items. Bewege etwas. Rudel? Aber Yara, ist er hier? Make some noise. Lul. Jetzt ist er... Oh, jetzt war der Schritt hier nicht gut. Hier ist auch die kurze Fixaufgabe, richtig für den Arsch. Bewege etwas. Tu was. Gib mir ein Zeichen. Hier hinten ist auch Geisteratem. Ja, ja, ich weiß. Das streut sich. Bist du hier? Gib mir Zeichen. Gib mir eine Zeiche. Das ist noch eine Tür? Ja, leck mich doch. Ja. Ich habe die Tür geöffnet. Hast du sie begrabschelt? Nope, hast du nicht. Das war diese Tür. Die ist doch gerade aufgegangen. Wir haben es gesehen. Leuchtet die Lampe hier eigentlich nur wenn ein Geist herbeiläuft? Ne, das ist ein allgemeiner Sensor. Die hat geleuchtet, als sie noch nicht da war. Was? 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 Ich habe sie fotografiert. Geil. Fuck, my life. Scheiße, bin ich erschrocken. Ich, sie hat mich. Hat einer von euch die Kamera umgestellt. Das heißt, die Sanity ist auch sehr weit unten. Jetzt bei mir, weil sie mich angebraucht hat. 5, 4, allerdings nur. Ja, okay, dann ist Sanf komplett raus. Das war eindeutig jetzt vom Geist. Das hätte eine 5 sein müssen, wenn sie will. Okay, jetzt wird's critical. Critical! Ja, jetzt hat sie reingeschrieben. Leute, sieht das? Geisterbuch. Beste. Raus hier. Was? Wir haben Orbs? Ge- Geisterorbs, ja. Okay, dann haben wir alles. Raus hier. Das ist nicht draußen. Das ist ein... Scheiße. Was ist das für eine Interaktion, die du da geschossen hast? Buch. AXO? Interaktion. Was war jetzt Buch? Buch, Gefrier und Orb. Scheinbar. Dann ist es ein Juray. Aber ich möchte gar nicht Bestätigung haben von euch, dass es ein Orb ist, weil... Ja. Ich will das gleich sehen. Ja, ich kann Orbs eigentlich ganz überauswendig machen. Ah, ja. Du sollst doch nicht immer in meine Hose gucken. Doch. Aber ich kenne hier auch schon was, wie ich will, was? Puh. Was ist ein Geist? Wird mir was denn? Was denn überhaupt? So, da waren glaube ich rechts Orbs. Warum denn da? Das kann eigentlich gar nicht sein. Doch, weil wenn du mal Cookie Cookie machst, dreh dich mal um. Ist da die Kamera und da unten rechts davon war euer Raum. Ja, das zählt aber nicht. Doch, weil auf der rechten Seite, da wo diese Uhr ist, rechts das Ding. Meine, ich habe da kurzzeitig mal Orbs gesehen. Dann ist es aber durchgeglitscht. Eigentlich sollte man es nicht sehen dürfen. Zweimal habe ich irgendwas leuchten gesehen. Mein Schwanz. Deine Taschen? Dann vielleicht meine Lampe, ja, das kann sein. Es war cool rund. Ich sehe es auch nicht, ja. Absolut nicht, nein. Deswegen habe ich gesagt, nur noch mal sicher. Einfach eine Kamera ausstellen. Ja, das kann man machen. Aber ich bin wirklich sicher, dass dort eine Geisterkugel war. Hm. Ja, sehen wir dann gleich. Auf jeden Fall. Ich mache das mal ganz fix. Boah, das ist also mit Gang. Ich hätte gedacht, ja, das ist zu schwammig. Also das müssen wir echt direkt nachgucken. Ja. Gut. Ja, sag ich mal. Das ist ja lustig. Ja. Aber ich habe das gemacht. Das ist das Ganze. Es ist ja lustig. Bei meinem Arm. Ich habe jetzt mal so ein Vergleich gelosbetriebschaft. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gelosiert. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Es war nur lustig. Ich bin ganz ruhig. Ich verstehe es nicht. Gecko, kannst du mir das sagen? Ne, keine Ahnung. Ich hab dir übrigens den Lichtpack, den du hast. Warte, ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich sehe gar nichts mehr. Weiter geradeaus, einfach weiter geradeaus. Ah, so sieht hier alles. Perfekt. Wir müssen schon hoch, das weißt du. Ne, müssen wir nicht. Nein, wir müssen hoch. Wir sind hier hoch und dann sind wir hier wieder runter. Hier. Hier. Wie ist es nicht möglich nach Ops zu gucken, wenn er hier die ganze Zeit am rumscrollen ist? Also das hier ist er am liebsten. Das ist sein Hauptraum. Er ist auch hier. Er kann auch hier spawnen bei der Hand und so weiter und so'n Scheiß. Aber hier hat er alles gemacht. Hier hat er auch Buch gemacht und alles. Ich würde mal also erstmal hier aufstellen. Oh ja, dann easy. Meine Kamera ist platziert. Ja, nur leider kann ich... Der bewegt sich. Doch, kannst du jetzt. Warte mal. Warte mal. Es krollt die ganze Zeit durch. Durchgehend. Nein, jetzt solltest du nicht mehr. Doch, das krollt die ganze Zeit durch. Ach du hast die Kamera noch. Ja. So, jetzt. Jetzt sollte es aber gehen. Ops, 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 Ops. Ich hab mal aufgeregt. Ja, easy. Also bei uns, ne? Wo wir grad stehen, ne? Ich hab mal aufgeregt. Ach, Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß. Juhu. 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 Ey, Alter. Kann der Junge durch Wände gehen? Weiß nicht. Hm. Es ist nicht überall schneller als wir. Treppe hoch. Okay, sie ist gerade an der Bank. Sie hebt Geld ab. Sie hat sich gerade an der Bank verglitscht. Sie hebt Geld ab. Oh, sie ist vorbei. Ahuja. Da wird mir aber anders. Hab ich gesehen. Nein. Upsi. Einsetzen. Du bist nach links, das weißt du. Da entlang. Hä? Echt so? Ja. Große Treppe. Die müssen hoch, hab ich gehört. Elf. Ey, wo bin ich jetzt wieder? Ich hab mich zu oft gedreht. Ich bin weitergelaufen. Links, komm mit rein, komm mit rein. Du gehst auf dem Dreisgrad zu. Ja? Du nicht? Elko, bist du auf der anderen Seite der Toilette? Nein. Ich bin tot. Nein. Eko? Hase dich. Phantographie! Hör auf! Phantographie! Hör auf! Ja, das ist einfach. Mit was soll ich denn aufhören? Was ist wo? Komm mit uns hinzufangen. Okay. Guck mal, wir sind hinten. Das Spiel nimmt sich, glaube ich, gerade selbst auseinander. LOL, ist das der Geister? Das ist der Geisternebel, wenn man tot ist, oder? 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 Meister Yoda? Ach ja. Wuselig. Plantographie. Blub. Was? Ach so. Geht ja. Hm. Du, 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 du. Wir müssen nur noch heil hier durchkommen. Dann haben wir es geschafft. Hm. Das Problem wird sein. Hm. What? Hä? Ich dachte, da wäre eine Hand. Ist es aber nicht. Wird los. Wuhu. 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 Gecko, was ist los? Was denn? Was denn? Hallo. LOL, das ist ja Salz. Warum salzt du hier? Es ist ein Felsen. Moos zeigt immer Richtung Zivilisation. Ein Felsen. Damit können wir jetzt auch mein Kind zu hauen. Genau. Und das, was wir hier in diesem dummen Vimix sehen, an dem du gepauset hast. Guck mal, da ist niemand im Van. Schon gruselig. Geisterpferd. Ein Poltergeist. Ja. Weiß, was noch gruseliger ist? Hm? Das Auto hat vorne kein Kennzeichen. Das ist gruselig. Das heißt, unser Job ist illegal. Ne, hinten haben wir ja eins. Das heißt, der Fahrer ist illegal. Ne, ne, ne. Egal. 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 Scheißegal. Egal. Wo ist hier ein Kennzeichen? Da, da haben wir uns. Eigentlich doch. Nur vorne ist anscheinend keins. Pippippippippippie. Was hat die? Es ist ein Poltergeist. Sie haben ein Orb. Haben wir Orbs? Halt mal. Ja, dann sag das doch. Irgendwann ist es einmal drin. Ja, wo... Dein Schmales. Ja, ich weiß nicht was, alles gut, alles gut, alles gut. Warte, haben wir Orbs? Wo ist das kurze Fix? Wo sind die Sachen? Hä? Ich habe alles eingepackt, das kann doch nicht sein. Wo sind die Sachen? Bin ich blöd? Das ist ein Orbs, Leute, der Morb. Okay, irgendwo ist das immer drin. Was haben wir, wo sind die Sachen? Ich habe sie nicht. Habe ich echt keine mitgepackt? Wir haben doch welche mitgepackt. Was ist jetzt das? Lucky, wieso hast du das nicht rausgepackt? Warum? Lucky, ab zurück. Oh, Mann, ich vermieten muss schon. Zurück mit dir in die Schule. Okay. Thermometer. Wir machen das jetzt. Ja, du. Ja, warum ich allein? Ich gehe da nicht alleine rein. Ach, das kurze Fix habe ich liegen lassen, das habe ich schon hingelegt. Okay. Wie, du gehst da nicht alleine rein, was ist mit dir kaputt? Dann gehe ich da alleine rein, egal. Ich bin jetzt ein Schicker geworden. Also, was? Was? Ja gut, Wasser kriegen wir so nicht. Ich habe nur noch das kurze Fix dann. Hast du sie in der Camp Spawn sehen hier? Ist sie hier aufgetaut? Nein, aber hier ist der Orb aufgetaut. Ja, ja schon, aber der Nebenraum halt. Na ja, okay, fuck. Hätten wir ja halt jetzt zwei, ne? Na ja. Ach ja. Ich habe quasi E-Mail bekommen, dass mein Mediamarkt geschlossen ist. Okay, das sind sehr wichtige E-Mails auf jeden Fall. Ja, pp. Ja, klar, das sind die wichtigsten E-Mails, die ich jemals bekommen habe. Das kann ich nicht mehr nach Mediamarkt. Telefon. Ja. Pp. Persönliches Reich. Ah. Ah. Da bleib ich Amazon. Amazon macht jetzt dicht. Soundwave. Okay, wir haben es. Und das kurze Fix. Oh, beides gleichzeitig. Nice. Easy. Ja, ich habe es geschafft. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, ihr wollt gerade handen. Ja, ich will. Aber bin ja ich. Aber bitte, mit Sahne. Salabim Salaban. Ich heiße Angela. Wo können wir hier hin? Fuck. Oh man, schade. Da hört ja ein Berg auf. Yara ist in Ben gestorben. Dann sind wir ja ungestört. B JBZähr undrup Historik. Da! 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 Nein, jetzt rede ich doch nicht rum, Mann. Mensch, ii. Das Spiel macht mir Aua. Das Spiel macht mir Aua. Das ist dumm. Das ist so dumm. Das ist so scheiße. Ich bin halt geil. Achja. Schwierig. Ganz schwierig. Ach, das ist ja... Wir haben ne Knochen nicht gefunden. Ja, zurück. Achso, Yara war gerade bei dir nicht da. Wieso? Ja. Ich bin hier. Das, ja... Passt, oder? War fast Mo. Ja. Passt. Das war ne gute, schlechte letzte Runde. Das, ja, war fast Mo. Ach, das war fast Mo. Ja. Soll ich daraus jetzt jeweils Stundenfolgen machen, dann sind wir bei 50. Dann passt das. Ja. Ja, warum nicht? Okay, das ist die 50. Folge. Ich guck dich nicht schließlich. Oh, geil. Okay, dann, dann, dann moderiere ich direkt voll ab so. Dann war das quasi für immer Phasmophobia. Auf YouTube. Zumindest. Das war für immer Phasmophobia. Ich verkaufe dieses Spiel jetzt. Ganz genau. Ne, in dem Fall mache ich es so 8, 9, ja. Das ist die 50. Folge gewesen. Dann streamen wir die Sache nur noch exklusiv. Werden wir es weiter streamen, exklusiv auf Twitch. Fertig. Also wenn es dann endlich das nächste große Update kommt. Ja, ja. Wo noch mehr kaputt geht auf jeden Fall. Das, äh. Dann waren das 50 Wagen Phasmophobia. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß. Oder auch nicht. Ich hoffe, ich hoffe, wenn man durch Wände durchgehen kann. Genau. Ah, fuck. Wieso hängig bleiben immer tun? So. Das war fast wohl. Wollt ihr mehr davon sehen? Muscht auf Twitch vorbeigucken. Komm vorbei. Ja, kommst du rum? Schau mich an. Ne, tatsächlich. So Multiplayer-Sachen werde ich dann noch exklusiv machen Twitch. So, die lade ich nicht mehr hoch dann. Ach, schade. Die Smashbox-Sachen gucke ich immer noch gerne. Da noch vielleicht ein bisschen auf Folge 10 hoch, aber dann auch nicht mehr. Das, was noch offen ist, bis 10 hoch und dann war es das aber. Das war fast wohl. Hm, genau. Also diesbezüglich, das war fast wohl. Ja, was ist? Ja, was gibt's? Da muss ich ja keine TTC-Counter mehr machen und ja, für die neue TV kommt bald. Richtig. Da mache ich, da mache ich, glaube ich, bis 30 hoch. Das war's. Äh, genau. Aber dann ist es halt rum. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Das war fast Wofobia. Bis bald. Ciao, Leute. Tschüss, Liara. Tschüss, Lucky. Geil. Danke fürs Mitspielen für 100.000 Jahre. Folgen. Runden. Kunterbunten. Gerne Dank. Und Cutie genauso. Schade, dass ich jetzt nicht noch länger dabei sein konnte, aber nächstes Mal bestimmt wieder. So, in diesem Sinne. Ja. Tschüss, Leute. Tschüss. hau, die war Freude. Schade. Schade.